Ladies and Gentlemen rrssich bumssige Samstag Heute gibt es eine legendäre Folge denn wir haben heute Polizei gegen Diebeleute Und heute gibt es eine Special Episode denn es gibt ein Secret op Fahrzeug drin Leute, und welches es sein wird, werden wir rausfinden, Leute. Und wir haben zwei OP-Polizisten, in Klammern OP, nämlich Only Police. Was geht, Abi und Max, was geht ab, Jungs? Hey, Digga, ich nehme mich gleich direkt fest. Oh, Hände hoch, LSPD-Jungs. Jungs, Jungs, entspannt. Alter, was taserst du mich jetzt schon? Hab deinen Nacken getasert. Also, erstens habe ich noch nichts Kriminelles gemacht, also bitte steig dir heute über die Uhrzeit. Doch, hast du. Hallo. Guck dir deine Klamotten mal an. Rot mit der weißen Hose ist ja schon kriminell. Alter, steig lieber... Lackschuhe auf Jogginghose ist kriminell. Alter, guck mal, was die sagen, Leute. Steigt lieber mal in eure Urus ein und macht, dass ihr hier Land gewinnt, ja. Fahrt mal weg hier beiseite. Denn unsere Aufgabe wird es sein, heute diesen richtig kranken Urus zu klauen. Diesen Ferrari hier, Leute. Und hier drüben haben wir noch einen niegelnagelneuen roten Lamborghini, Leute. Die müssen wir klauen. Wenn wir das Ganze schaffen, sind wir krass. Wenn nicht, dann gewinnt die Polizei. Polizei gegen Diebepisode Next, Leute. Wenn es euch gefällt, schreibt es in die Kommentare rein. Und ich bin gespannt, welches Auto davon ist das Secret-krasse Fahrzeug, Leute. Let's go. Okay, Leute. Unser erstes Versteck ist genial, Leute. Ich sag euch ehrlich, ich mag dieses Versteck. Und ihr dürft mich jetzt suchen, Polizisten-Officers. Bei Roter Lambo hat der Leute gespawnt. Ja, das sind überall Leute vielleicht. Beim grünen Ferrari ist nix. Aha, grüner Ferrari ist nix, sagt ihr. Okay, das ist sehr schön. Und beim Urus ist auch nix los gerade. Auch nix, ja. Ich glaube, er wird auf den... Bist du das hier, Max, neben mir? Ja, ich gucke mal den Roten Lambo an. Ja, ich gucke mal den Ferrari kurz danach. Sehr schön, dass ihr auf jeden Fall Sachen nachschaut. Das ist wichtig. Ihr müsst auch mal kleine Ermittlungsarbeiten machen. So wisst ihr, wie ich meine? Das ist auch wichtig, mal zu ermitteln. Ich gucke mich mal die Leute hier an. Warte mal. Ja, warte mal. Ich gucke mal eine Frau oder so. Ähm, nee. Ich gehe wieder in die Mitte. Okay, okay, schön. Oh. Oh, da steht jetzt jemand. Ah, wirst du schon nervös, Russik? Ich bin übel nervös, vor allem, weil Amir in der Mitte ist... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hat mich fast abgeknallt einfach. Ach, fast abgeknallt, sagst du, ne? Also hier bei dem roten Lambo, ich glaube, es sind alles NPCs. Ich bin mir auch nicht sicher. Oh, nee. Also er nicht. Okay, wieso überfährst du einfach diese Menschen, die nichts gemacht haben? Ich habe ihn nicht überfahren, ich habe ihn angefahren, er läuft weiter. Warte mal, er ist da ja irgendwo bei dir in der Nähe, wenn er das sieht, was du da gerade machst. Ja, ja, ich verstehe auch nicht. Nee, dann ist ja wirklich keiner von den Leuten beim roten Lambo, oder nicht? Ich verstehe auch nicht. Oder er guckt mit der Dienkamera und ist nur beim roten trotzdem. Ach so, ne? Aha. Einer von den Jungs da. Okay, vielleicht, vielleicht. Hm. Hm. Ist sehr, sehr fragwürdig, ne? Wo kann man sein? In die Garage rein, auch keiner. Ja, passiert halt, ne, Jungs? Manchmal ist es halt schwierig, jemanden zu entdecken. Und deswegen... Warte, guck mal außen rum. Also ich sehe hier echt nichts, sind auch alle Autos da. Ja, ja, ja. Von den NPCs hat sich auch keiner bewegt. Okay, Jungs, sehr gut, dass sich keiner bewegt hat. Hörst du ein geilen, grüner Ferrari? Was? Wieso fährst du außen rum? Wieso fährst du dort? Wieso dort? Wo springt der runter? Wo springt der runter? Ja, 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 Armonation runter. Oh, gut. Ich werde euch niemals bekommen, Jungs. Alles gut, alles gut. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Wir haben eine K2-Lusse. Oh, du kleinen 1.30er, Pissi. Er hat Umfahr gebaut, Umfahr gebaut. Erst beim 20%-Shop der Rot. Alter! Ich sehe euch, ich sehe euch. Alter! Alter! Ich habe dich getoggt, Armonation. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, Alter. Was war das? Ich fahr mich da bis zu zweit sind. Tigi, wie krass... Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Okay, okay, okay. Jetzt gehe ich aggressiv rein. Wow! Oh, ich bin gecrashed. Jawohl! Alles gut, ich bin noch dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich fahr sicher. Ich fahr sicher. Du fährst nicht sicher. Was lügst du denn so viel rum? Oh, ich bin da gut am Ausfall. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja, ja, Unfall gebaut, Unfall gebaut! Nein, 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 nein. Ich dachte, du crashst dich vielleicht. Oh, Gott. Wo ist er, wo ist er? Hier, hier, bei mir. Ja, 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 ja. Oh, mein Gott. Was ist das hier dafür? Oh! Alter, wieder Richtung Stadt. Oh, nein. Er ist wieder Richtung Stadt. Wir haben gedreht. Er ist gecrashed, er ist gecrashed, er ist gecrashed. Jungs, alles gut. Alles gut, mir geht's gut, Jungs. We got him, we got him. Okay, jetzt auf die reichen Reifenschichten. Nein! Oh, ausstehen, aussteigen. Nein, 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 nein. Jetzt auf Reifen, jetzt, perfekt, jetzt, perfekt. Nein, nein, nein. Oh, mein Gott. Bitte, bitte. Ey, wieso? Ey, ich sag dir ehrlich, Ferrari Reifen. Also, mein Auto ist komplett zusammengedeiht, aber meine Reifen sind immer noch stabil. Vielleicht haben wir den nicht getroffen. Er hat wieder einen Unfall gebaut. Nein! Ey, Jungs, ihr seid so krass dran. Nein, ich bin auch schlecht. Nein, oh, mein Gott. Bleib dran, bleib dran. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Ich bin bei ihm! Was? Wuuuuh! Das kann doch nicht sein, dass er wirklich bei mir landet, Leute. Das ist eine Verfolgung. Entweder wird mein Auto... Ey, 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 wo ist er, wo ist er, wo ist er? Er ist links, 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 links. Ich seh ihn nicht. Oh, mein Auto gibt gleich auf. Oh mein Gott, nice. Oh mein Gott, nice. Nein, ich seh ihn nicht, ich seh ihn nicht. Nein, ey, der ist perfekt auf die andere Seite gelandet, deswegen hat er viel mehr Zeit gehabt. Bro. Oh mein Gott, nein. Er ist über uns, ich höre ihn. Wie? Was? Redest du? Ich hab's im Auto gehört. Da muss er auf den Autobahn auffahren sein. Er ist drüber gefahren. Jungs, ich bin weg.de. Ey, auf Wiedersehen. Ihr dürft aufgeben, Leute. Ja, verdammt, ey. Alter, aber richtig krass, wie ihr mich verfolgt habt, muss man auch dazu sagen. Aber Leute, dieses Mal hat's nicht gereicht. Ich parke jetzt hier schön den Ferrari und dann ist auch alles in Ordnung, ja? Ihr dürft eure Autos auch reparieren, Jungs. Ihr dürft sie reparieren. Das war umsonst. Ey, Jungs, ich sag euch ehrlich. Das Auto hat gerade angefangen zu brennen von mir. Also ihr habt mich so knapp. Aber 1-0 für mich. Let's go, Leute. Leute, wir tun uns einfach jetzt in den Typen verwandeln. Schön vor den Lambo. Die hören uns gerade nicht, Leute. Und jetzt sagen wir denen, die können kommen. So, Leute. Was geht, was geht. Ihr dürft wieder kommen. Ich bin versteckt. Ich sag euch ehrlich. Jetzt schon ready, hä? Genau, ich bin jetzt schon ready. Der hat voll, die ging ja voll schnell. Ja, wie voll schnell? Ich hab halt mich versteckt und alles drum und dran. Und ich wollte euch eigentlich nur kurz erklären, wie ich an das eine Auto kam. Und zwar hab ich mir einen SC-Car gespawnt und bin hingefahren. Ihr habt mich nicht gesehen. Und aus diesem Grund wollte ich nur kurz fragen, ob du... Boah, du bist ja schon hier. Ich geh an das Auto. Ich hab gar nicht gecheckt, gar nicht gecheckt. Ich schau mir hier gerade mal die Leute an. Einer ist hier doppelt. Ach, Digga. Ich bin mir im Urus. Keiner war. Im Urus von mir kann einfach mit irgendeinem Auto fahren und dann durch. Eingetast. Okay. Aber du weißt schon, wenn du jemanden tastest, musst du trotzdem zählen, weil du sie umbringst. Trotzdem zählen. Okay, dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn, zehn. Ey, Lungs, du hast 15. Er hat zweihaltig oder was getasert? Ich hab zwei. Warte mal, hilf dir! Bam! Okay. Jungs, also ich wollte jetzt nur sagen, die Urus sind perfekt, um einen Urus zu klauen. Drei, drei, vier, fünf. Guck mal, bei dem in der Mitte. Der ist auch noch da. Hä? Ist ja hell. Das heißt, die ganzen... Hey! Boah, was, was, was? Was ist denn? Hey! Ich dachte, du... Ey, warte, normalerweise, du glaubst nie, dass ein NPC einfach losläuft. Ich fange einfach an, loszulaufen. Er schlägt, ey. Digga, nie. Nie im Leben. Alter, einmal, einmal gebe ich einem NPC nicht eine Aufgabe. Ey, normalerweise mache ich das immer mit NPCs, dass ich die einfach laufen lasse. Ich laufe einfach so random los. Er so, äh, tötet mich, Alter. Ja, okay, ein Leben weg. Ist okay, ist nicht schlimm. Ist okay. Ich hab mir gedacht, dass ich der Letzte ist. Ich kann doch den schießen. Ist okay, ist okay, ist okay. Merke ich mir, Jungs. Ein Leben weniger, aber zwei Autos habe ich nur und zwei Leben. Let's go zum nächsten Versteck. So, Leute, mein nächstes Versteck steht schon. Ähm, ihr dürft auf jeden Fall jetzt unterwegs sein. Wollte ich euch nur kurz sagen, ähm, ich bin vielleicht jetzt bei einem Fahrzeug und werde es gleich klauen. Ähm, wollte ich euch nur so sagen, so, falls was ist, so weißt du, wisst du, wie ich meine? Ja, ja. Also Mitte, alles gut, Armin. Ja, ja, genau. Ja, bei mir auch noch alles gut. Wer hat hier neue NPCs beim Roten gespawnt? Mhm, neue NPCs sind immer wichtig, Leute. Guck mal, ob die irgendwie komisch reagieren, wenn ich da vor die fahre oder so. Ich kann, ich hab studiert, ich kann das ganz gut, so, weißt du, wie ich meine? Ich kann das ziemlich gut, ja. Also, Jungs, wie läuft's so eigentlich, so? Ja, geht, 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 geht. Habt ihr so einen Blick auf jemanden, oder habt ihr einen Verdacht? Müsst ihr jemanden umbringen, zählen, oder so? Nee, bei einem Urus ist es so ruhig, Alter. Warum ist es so ruhig? Kein NPC da. Warte, hier ist ein Auto, Mama. Schieß mal einen an. Oh, eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Ja, gut, dass ihr kleine Camper seid, oder wie? Nee, 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 ich warum? Ich hab bis jetzt hier noch nix, aber ich bin auch auf dem Weg. Ja, okay, gut, dass ihr auf dem Weg seid, ist immer wichtig. Ich geh rüber wieder zum Dings. Urus, auch alles gut. Den Max ist beim Lambo. Ich war bei dem Urus, gerade fahre ich zum Roten. Hä? Der hat den Roten, der hat den Roten. Oh, der Roten, du Ekelhafter. Jungs, Jungs. Wie schnell hat der den geschnappt? Oha, der hat bestimmt Urus von uns geklaut. Jungs, ich hab ein Urus. Oh nein. Was ein Crash. Was ein Crash der Vergeltung. Oh nein. Okay, Leute. Also, ich sag euch ehrlich. Ich werde euch abwimmeln. Oh mein Gott. Ich hab, glaub ich, jetzt schon... Nein, nein, nein. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Wie du siehst mich. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Was ist das denn? Der Lambo ist schnell, der Lambo ist schnell. Wow, wie schnell geht der? Oh, look. Wer hat da bei mir viel parkt, da hinten? Der ist ja, der ist ja, der hat den Crash gemacht. Nein, 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 will ich nicht. Ja, wichtig, wichtig, wichtig. Hab ich einen Reifen von ihm erwischt? Nein, ich glaub, du hast recht einen Reifen erwischt. Nein, du hast einen Reifen erwischt. Ja, ich hab Reifen erwischt, Max. Nein, nein. Er jumpt, er jumpt. Boah, er ist mies gejumped. Wo ist der, wo ist der? Hier im Wasser. Oha. Oha. Ciao. Ciao. Okay. Nein, nächster Reifen geplatzt. Ja, er ist vorbei, ist vorbei, ist vorbei. Jungs, den haben wir. Es gibt nur eine Option, zu überleben. Und zwar, der luckyste Jumper meines Lebens. Seid ihr ready für den Jumper? In die Richtung. Oha. Er hat es verkackt. Nein. Hat er gut funktioniert? Nein. Nein. Nein, nein, dein Auto ist kaputt. Dein Auto. Nein, nein, das taucht nicht, taucht nicht, taucht nicht. Oh mein Gott. Ich will aussteigen. Oh mein Gott. Er kann nicht mehr lang, er kann nicht mehr lang. Bro, meine ganzen Reifen, Hilfe. Nein, ich bin gecrashed. Oh mein Gott. Ey, ich muss jetzt die Geschwindigkeit ausnutzen vom Lamborghini. Oha, es ist zu... Er will hier irgendwo rausjumpen. Er hofft einen Lucky Jump zu machen. Nein, er hat es nicht geschafft. Nein, Jungs. Alles... Bamm. Jungs, ich gebe dich auf. Ergib dich. Mein Auto ist so kaputt. Mein Auto ist... Alter, guck mal mein Auto an. Was ist das? Jungs, wie fährt das Ding noch? Oh Gott. Oh Gott, okay. Okay, Jungs. Okay, ich ergebe mich. 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 Ich ergebe mich noch. Jungs, alles gut. Ich habe mein Feuer gerade gelöscht mit Wasser. Habt ihr gesehen? Ich brenne nicht mehr. Oh nein, ich fange wieder zu. Oh doch. Ich habe mich geschossen. Okay, Jungs, alles gut. Ich ergebe mich. Das Auto brennt jetzt. Ein Leben nur noch und zwei Autos. Verdammt, Mann. Let's go. So, Leute, mein Versteck steht auf jeden Fall. Wollte ich euch nur sagen. Du hast keine Chance, Junge. Ich habe auf jeden Fall eine gute Chance. Da läuft ein Feuerwehrmann. Ja, das kann doch sein. Feuerwehrmann. Cool, das Ding ist, manchmal laufen Feuerwehrmänner. Eins, zwei, drei. Alter, wie die Leute. Ah, da ist eine Ablenkung. Wo bist du? Wo bist du? Bei dem Roten hat er echt viel. Ablenkung, Ablenkung, safe, cool. Ablenkung passiert halt mal, ne? Ja, warum ist der Urus schon wieder unbewacht? Warum ist er schon wieder unbewacht? Also, ich kann dir so sagen, vielleicht, weil ich einfach den jetzt mir schnappen werde, indem ich einfach dran fahren werde. Wie unbewacht siehst du die ganzen Menschen nicht bei dem Urus? Sagen wir nicht das Bakratum. Ja, die zwei Leute da. Äh, kann sein. Bist du hier bei Urus, Amir? Ja, bist du das gerade? Hab ich dich gerade gerammt? Ja, ja, ja. Warte mal. Er ist im Roten Lambo, er ist im Roten Lambo, er ist drin, er ist drin, er ist drin. Nein, bin ich nicht. Oh, was? Stabiler Crash, jung, stabiler Crash. Feuerwommen, Sam. Oh mein Gott, das stimmt. Wenn ein Feuerwehrmann, wenn das Feuer kommt und brennt, dann rettet euch Feuerwommen. Ich bin voll gecrashed, ich bin voll gecrashed gerade, verdammt. Ja, ich auch, ich auch. Oh mein Gott. Siehst du ihn noch? Oh mein Gott. Nee, gerade nicht. Er ist bestimmt hier geradeaus durch. Er muss geradeaus durchbrettern. Oh mein Gott. Er ist bestimmt auf dem Berg, bestimmt auf dem Berg. Ich werde rauf, ich werde jumpen, ich werde jumpen. Jungs. Oh mein Gott, wie bin ich denn gerade gejumpen? Ich will ja nichts sagen, aber ich bin schon längst weg. Ich habe das Auto geparkt in einer Garage, ganz safe alles. Nein. Alles easy. Garage? Nice, Leute. GG. Oh mein Gott. Okay, ich denke, das war's. Wir gehen rüber zum letzten Fahrzeug. Ein Leben, ein Fahrzeug. Ich hätte mit dir jetzt bestimmt zu diesem Abstepphof gefahren oder so. Hast du eine Garage? Ey, tatsächlich ja, aber ist schon zu spät wahrscheinlich. Du kleiner Dreckiger. Ich bin rechts abgewogen. Ja. Okay, wir gehen rüber zum letzten Fahrzeug. Okay, Leute, seid ihr ready fürs letzte Ding? Ich bin versteckt. Ich bin auf jeden Fall versteckt, alles gut. Ich bin versteckt, ich bin versteckt. Der ist das letzte Auto, als ob du irgendwas machen kannst, Alter. Ey, kann gar nichts, Mann. Ich werde jetzt hier einfach abcampen. Fertig. Warte, 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 was machen wir, Max? Komm, wir lassen ihn einsteigen. Ja, okay, lass ihn einsteigen. Ist die Frau da, bist du das? Ja, ist die Frau, ist die Frau. So, jetzt müssen wir mal wegkommen. Ja, ich komme auch weg. Jungs, Jungs, oh mein Gott. Das Ding ist, die Episode ist folgendermaßen. Nicht nur ihr habt OP-Urusse, sondern ich habe jetzt auch ein OP-Urus. Dann schieß auf deine Reifen. Oha, dann schieß mal auf meine Reifen. Ah, ich habe meine Reifen getroffen, Jungs. Ihr habt sie getroffen, nein. Was mit seinen Reifen? Jungs, ihr habt sie alle getroffen, alle Reifen kaputt. Auf Wiedersehen, Jungs. Auf Wiedersehen. Eine legendäre Geschichte im Polizeigempfdieb. Ich habe nämlich heute ein OP-Urus mitgenommen von Tuan, Jungs. Und somit wimmelt man die Polizei ab, Leute. Okay, muss man sagen, kleiner Cheat. Aber ihr kennt es selber. Das letzte Fahrzeug ist gefühlt unmöglich. Deswegen lassen wir es so stehen. Welcher Kopf von euch war bis jetzt am besten? Wer eignet sich als Dieb, Jungs? Entscheidet euch. Ja, komm, ich mache das. Ich zeige euch, wie das geht. Du hast es schlecht gemacht. Okay, okay, okay. Aber ein Fahrzeug ist ein Joker, nämlich der Urus. Leute, wie cool ist das Fahrzeug? Liked mal das Video, wenn es euch gefällt. Und hättet ihr das gedacht? Und ja, Leute, ich würde sagen, es wird Zeit, Polizist zu werden. Let's go. So, Leute, ich habe mich jetzt verwandelt im Polizisten mit einem Urus. Armee, versteckt sich gerade. Armee, wie läuft's? Bin versteckt. Du bist versteckt? Okay, Officer Max, bist du bereit? Ich bin ready. Let's go. Okay, wir gehen jetzt auf die Hut nach dem kleinen Armee. Hast du diesen weißen Polizeiding hier gerade bei dem Mittelding? Nee, das bin ich nicht. Ich habe einen anderen. Vielleicht ist einer... Armee, bist du da drin? Da hat einer stehen gelassen. Ich habe damit nichts zu tun, mein Freund. Ich sehe gerade den... Da sitzt keiner drin in dem weißen Auto. Beim grünen Lamborghini ist noch dieses SC-Car. Da könnt ihr auch drinnen sitzen, ne? Was kann sein? Er hat ein Auto geklaut schon. Was? Er hat ein Auto geklaut. Nein, welchen? Den roten. Hä? Nein, habe ich nicht. Doch. Nein, hä? Er hat den roten ver... Oh, er hat uns... Er hat uns gewöhnt. Er hat uns ja sowas von hops genommen. Er hat uns abgericht. Du brauchst nicht, was dir gesagt, Mensch. Zeig dir, wie man es macht. Ey, das kann doch nicht sein. Okay. Ihr hört vorbei und ich sage ins Nein einfach. Okay. Ich dachte mir, man muss dreist sein manchmal im Leben, weißt du? Okay, also, dass du am Anfang so dreist bist, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, du wirst ein bisschen spielen, ein bisschen die Warm-Up machen, aber okay. Dann merke ich das mit Max. Okay, lasst mir den neu verstecken, Leute. Wir warten, bis einmal der neu versteckt ist. Let's go. So, hast du das nächste Versteck, oder was? Ich bin schon wieder versteckt. Okay, Max, also, Urus, müssen wir aufpassen. Er darf da absolut nicht einsteigen. Wenn er einsteigt, sofort schießen, weil, ähm... Und rein in den Urus. Tschüss. Warte mal, hier ist ein Mini-Auto. Hier ist ein Mini-Auto. Ja, ja, das war schon vorhin, aber da... Ich glaube, hier ist er niemals. Mach den mal weg. Mach den mal weg. Ups, ich kann ihn nicht wegmachen. Warte, ich gehe zum Urus gucken. Guck du aufs Mini-Auto. Hey, kannst du das wegschieben, das Mini-Auto? Dann wäre es viel besser. Ja, irgendwie ist es schwierig. Ich schieße mal hier jemanden beim Urus ab. Die steht mir zu nah dran. Oh, man kann das Mini-Auto nicht richtig wegschieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, nee. Ich habe es ein bisschen weggeschoben, wenn sich das bewegt. Einfach ein bisschen wegschieben, falls du wirklich drin sitzt, damit er einen Laufweg hat. So, weißt du, was ich meine? Oder warte mal, wir schieben den Lambo einfach ein bisschen weg. Genau, dass es weiter weg ist. Okay, guck mal bei den anderen auch noch. Okay, guck die Dächer an, die Dächer. Das ist auch noch gefährlich. Ich sage ehrlich, da stehen halt viele. Ich fahre mal rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, es gibt ja nur noch den. Oh, es gibt ja nur noch den. Wohin fährst du? Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Der andere ist ja ganz gut da. Verrat' dich weg, hier ist nur noch das kleine. Ich sehe euch. Hä? Er ist bestimmt auf dem Dach oder so. Kann sein. Ich check nochmal den OP. Ich flug Urus. Ich check auch den Urus. Was hier mit den Mädels? Oh, Wecker. Ey, er ist immer Seeker, er ist immer Seeker, er ist Seeker. Nein, 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 nein. Warte, ist er eingeschoben? Nein, ist er eingeschoben? Ist er eingeschoben? Spanns! Oh, 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 warte, warte. Okay, warte, warte, ich sehe ihn. Komm mal durch, du schaffst es nicht. Ich seh ihn, togge mich, togge mich, ich seh ihn. Bin da nicht dran. Bist du da nicht dran? Ich bin da nicht dran, togge mich, togge mich. Okay. Das Mima, Steffen, I. So, no, right until I die. Alles liegt gerade an dir. Alles liegt gerade an dir. Wenn wir jetzt nicht schaffen, er ist gecrasht, er ist gecrasht. Nein. Der richtiger Crash. Ja, 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 sehr gut. Max, Max, ich bin an dir getogelt, ich bin da. Wow, 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 ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Er ist hier vorne, er ist hier vorne, er ist hier vorne, er ist unten in der Brücke. Unden? Kannst vergessen. Kandalisation, Kandalisation, ich muss da nur runterkommen. Wohin ist er, gefahren. Warte, warte, warte. Oh, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hab ihn gefunden, ich hab ihn gefunden. Let's go, let's go. Mach schlau, mach schlau, Amir, mach auch schlau, Amir. Mach, nein, aua. Oh, sehr schlau gemacht, Amir. Ja, richtig schlau, Amir. Ja, okay. Jetzt schießen, schießen, schießen. Was? Er liegt, er liegt, er gibt niemals auf, er gibt niemals auf. Pass auf. Er gibt nicht auf, er gibt nicht auf. Hä? Ist sein Auto kaputt? Schieß, 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 schieß. Hä? Mein Auto fährt nicht, weil es ertrunken ist. Ja. Ja. Easy, Mann. Da musst du früher aufstehen. Nein. Dein Lamborghini-Motor ist wohl... Was geht's? Ey, ey, ey. Oh mein Gott, der Dreckige. Nein, der ist wieder... Jetzt ist er wirklich ertrunken. Ja, das war's. Das war's, mein Freund. Er ist wirklich ertrunken. Oh mein Gott. Gigi, dann reparier mal das Fahrzeug. Zwei Leben, zwei Fahrzeuge. Viel Glück, mein Freund hier. So, Armin, zwei Leben, zwei Fahrzeuge. Bist du versteckt? Ja, bin versteckt. Okay. Max, komm, schnell, komm, schnell, Max. Ich geh rüber... Guck mal, das Ding ist, ich hab immer noch das Gefühl, er will den Lambo, den grünen, als erstes klauen, dann den fliegenden Urus, aber... Oh, irgendwie ist was Neues hier. Ich hab auch Angst, dass er den jetzt, äh... Wo bist du, Max? Ja, ich beobachte den hier. Ja, ich beobachte den hier. Hier ist ne Katze noch gewesen. Miau. Ja. Bin hier grad bei dem Flieger, Urus. Da ist ne Frau, ich schieß die ab. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Aha, nichts da... Guck mal, da ist wirklich noch ne Katze, Bro. Die ist voll die random Katze. Bevor die mal. Ehrlich? Äh... Wer muss jetzt hin? Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Äh, stell zu dem anderen. Er hat den Grün, er hat den Grün, er hat den Grün. Hab gesehen, hab gesehen, hab gesehen. Bleib dran, bleib dran. Hab gesehen, bin dran, bin dran. Da hinten, bin nicht dran. Absolut nicht dran. Er ist Richtung, keine Ahnung, Polizei, die wir gefahren. Jaja. Oh nein. Weil ich fahr hier hinten über die Brücke. Ich hab ihn gesehen, er ist auf der anderen Seite, da hinten, vom Tunnel. Oh mein... Er ist auf den Schienen, er ist auf den Schienen. Ich hab ihn! Nein! Nein! Ich hab ihn. Nice, 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 nice. Er ist im Tunnel, er ist im Tunnel, er ist im Tunnel, er ist im Tunnel wieder. Komm, versenk doch wieder den Lamborghini. Ja, komm, geh wieder schwimmen, komm. Er macht wieder, gleich Fehler. Er schafft es nicht rüber, er schafft es nicht rüber. Schieß, 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 schieß. Reifen. Was, ich hab's nicht rüber! Ich bin dran, aber... Nein, 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 ich bin auch zu weit geflogen. Egal, egal. Warte, 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 okay, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Und wie fährt er hin? Er ist wieder in den Ding rein. Tunnel? Wieder in den Tunnel? Nein, 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 ja, 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 genau, wieder in den Ding rein. Und da durch den Casino? Ist er durch den Casino? Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich hab ihn hier verloren. Nein. Ich fahr einfach mal den Tunnel hier weiter. Verdammt. Also diesen Kanar beziehungsweise. Warte. Nein. Ist er hinten Richtung Casino hin? Ich fahr mal in diesen Tunnel hier rein. Ich hab geparkt, ich hab geparkt! Nein. Warte, ich fahr noch in den Tunnel rein. Bist du in den Tunnel rein? In den Clownstunnel, Amir? Bist du im Clownstunnel? Ich hab geparkt. Nein, ich seh ihn nicht. Jaaaa! Jaaaa! Wo warst du? Ich spiel einfach wieder zurück. Nein, ich seh dich gerade! Come on, ey! Oh mein Gott, was? Hast du gerade gesehen, dass ich zu den Lost rein gefahren bin? Nein, das hab ich gesehen, das hab ich gesehen. Oh mein Gott, der war hier gerade. Ja, okay, du musst trotzdem noch den letzten Clown. Okay, ey, beim letzten ist er aber gefährlich. Er kann wegfliegen, er darf nicht einsteigen, Max. Er darf nicht einsteigen. So, bist du versteckt? Ich bin versteckt, Max. Okay, letztes Fahrzeug war ein bisschen. Bist du ein guter Bruder oder bist du kein guter Bruder? Oh, er hat da kleine Paul-Berger gespuckt. Ist er eine, denkst du? Ich weiß nicht, entweder ist er, ich glaube ich probier es mal. Welchen? Okay, dann schieß es auf. Ich probier mal den linken. Oh nein, oh nein. Das Ding ist, ich mach mich jetzt einfach bereit, volle Kraft. Ich bin so, ich steh gerade so da, wenn was ist. Ich fahr einfach so schnell wie möglich in den Urus rein, damit die ganze Menschen... Ja, also du schaffst das. Drei, zwei, eins. Let's go! Ah! Spaß. Ich geh mal auf den anderen Paul. Das Auto hier vor. Okay, mach den Paul. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, er ist die, oh er ist die, oh er ist die, oh er ist die. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Aber ey, Russik, alles gut. Nein, der FC, er kackt. Hallo, mach ihn weg. Ich kann nicht fliegen. Auf Haar, auf der Haartoste. Tschüss. Babi! Hey! Hey, das ist unfair! Was ist passiert? Ich hatte eine Haftbombe davor dran gemacht. Oh. Amir, was ist passiert? Oh, ist dein Auto etwa kaputt, Amir? Warte mal, hast du jetzt nur noch ein Leben und musst noch einmal den Urus klauen? Äh, 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 äh. Hallo, Hilfe, Hilfe! Äh, was? W-w-was für Hilfe? Ja, wer von euch hat mein Tolles kaputt gemacht? Oh Gott. Äh, äh, äh. Russik, das war deine Idee. Hä, wir machen doch das Spielchen zu eigentlich. Äh, egal, äh, äh, Amir hat verloren. Tollikorin, Lampus kaputt machen! Äh, auf geht's, Leute, wir müssen weg, hier. Tour ist gekommen. Ich hab euch nicht erzählt, dass ich seine Urus geklaut hab für das Ganze. Ich wusste ja nicht, dass Max das Ganze sprengt. Ich glaube, er wusste nicht, dass es Tour und Seine ist. Aber, Leute, wir hauen ganz schnell ab. Lasst auf jeden Fall ein Like, ein Abonnier, den Kanal, aktiviert die Glocke, check die Jungs ab und ich würde sagen, wir haben gewonnen heute. Wir haben gewonnen, Leute. Ciao!